Das ist kein Sport für Weicheier, das sind die Fakten. Willkommen, liebe Allsportfreunde, zum ersten Spiel der Saison. Dieses Mal mit Herrn Eppokal und aus Riefland-Vöglings gegen die Dienstlager. Ein herzliches Willkommen, unser Gast aus Riefland-Vöglings. Ein besonders herzliches Willkommen, unsere Sponsoren und unsere Körner. Ebenfalls unsere Vereinsmitglieder, und vor allem diejenigen, die ihr hierherzimmer geplant habt. Herzlich Willkommen, unser Fates in Felix, das Riefland-Vöglings. Ich wünsche diesem Spiel nur noch nicht mehr, aber heute geht's, Felix! D-Fat! Mach, mach, komm! Hör, komm! Hör, komm! Hör, komm! Hör, komm! Hör! Hör, komm! Der Scheeid zwischen der GmbH an Berne hat, ich schau auf die Spiele winner Nummer 7, Verletzungsinstadt. Hör! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.